Köln zunächst ähm Let's Play Name und ähm ja ja jetzt hier um schon Kohle entdeckt uuuuuh Stein Ruchstoff von ähm jetzt in Bergstein gibt Kohle vier Jahre nach zwei Stunden also nach zwei Minuten ist es wieder weg ja wie lustig B.O.W. ähm da unten arbeiten die hier jetzt schon ja guck mal das wurde schon zu einem richtigen Weg ausgebaut hier stehst du da nein hä dann baue ich hier unten noch äh ein Lager aus ähm ähm so und dann da hinten die Städte auch wieder das was ist das eigentlich in G8 so ich bin hier in G2 gebaut das ist aber um ähm Alter Bau doch mal das ab du hörni du hirnrissiger wow Mutant der das Holzding da trägt ähm so eigentlich wollte ich den Anfang zu machen es war nichts und dann kam alles buuuuuh das war alles das war nichts sondern war auf einmal was da dann sind wir hier anfangsspielern und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play die Siedler Aufbruch der Kulturen viel Spaß beim zu gucken oh yeah wie w w w w w w w wo auch ecker Bergpass in 2. Respekt das mache ich nicht äh da oben die Bäume die dengeln Bäume sind die nicht hier schon wieder gepflanzt nicht möglich, guck mal, sowas wie eine deutsche Eiche groß, stark und unbedeutend das ist zwar nicht zusammengepasst, aber es ist so stark und bedeutend so vielen Tagen das so viele Bäume ist der nicht auszulieb die Tausende von Bäume gibt, wie es soll nur ein Baum geben, der so besonders und weh läuft die Zeit da der nachmachst du dir da du hauscht meine Fehler der macht die Tür auf, die anderen rennen 15 n wo mir hier hoch hier �稱 solltet drei Weiß Prozent dahin die Bergwerke die Kulik Kulik die der Stein habe ich sein das heißt der Presse hier Helmut die Bergwerke die Ehe wie er die Lager ausreichend mit einer ausgebildet ist anders hinbauen Lager aus BD die GmbH die Stuttgart nicht hin und ist hier hier aber als er wow er hätte hier keine Kohle ist oder irgendwas anderes dann gibt es Stress wenn ich dich wieder abreißen die 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 ich will abreißen jetzt nicht abreißen abreißen bitte er ja schließlich abbrechen er hätte die das hier ist jetzt schon erfahren Respekt hey das ist ja echt mal viel wenn er die Tücher kommen würden zu sagen Mastien oder Massenfell Haltung ich möchte nicht wie so macht er nicht mal was gegen Massenfellhaltung sondern immer nur gegen Massentierhaltung also bitte Massenfellhaltung Massenfellhaltung nicht genau so schlecht als bitte das geht gar nicht also die haben jetzt abgerissen und dann Jäger noch irgendwas an deinem Stein ein Hedgehog to me was soll ich deinem Baum das ist die was die einst und die die Laufgeo gelaufen Kuhle 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 zweit da doch so ein zweites so wie die kleine Spannhütte und auch mal wieder hin was warum hier noch hin äh eigentlich ist da so eine Schweinerei was brauchen die eigentlich brauchen die nicht in die Distanz brauchen die hier unten eigentlich auch reichen preis jahre dann brauche ich hier die Brauerei brauerei und dann mal hier trotzdem noch die Schweinerei da hab da ich hier ist das Lager perfekte und dann kann man hier auch noch mal neid wenn die macht ein Kopf tut so gar nicht weh die Geräte auch er braucht kein Holz offen dessen der Punkt der Punkt Pixel auf Pixel spitz spitz fertiggestellt wach bitte hierher ich weiß gar nicht wie so wie ich immer oh yeah sage ich oh yeah ich bin immer voll auf oh yeah äh das war jetzt nicht lustig gar nicht lustig hier hier ich kann doch ich kann doch durchwechseln äh zu mir meine Augen weh irgendwie mhm ey du rein schon wie bis ganz nah da hinten aber ich hab hier draußen nicht bauen mhm da rennt über die Grenze der Welt hinaus und fehlt an ihm oder so Batsch ist der Wasserfall sind alle Leute tot die da unten gehen ja alter Klau Brauerei die ich brauche sie haben ohne erlaubt ist um die schnapps zu um der erst die 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 jene 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 jane jahr das ist der maßchen der wendige weiter ab 1 bis dahin welche die nicht ich bis dahin alles jetzt muss ich mal sagen ich hab hier die waffenschmiede Prozent Prozent und ich habe am das heißt ich habe ich auf die Art G1 das war doch so stand auch mit dem Markt oder ein Tor ein paar und hier ich verspricht nicht geschenkt es ist wichtig doch gar nicht das herr bei ich sagten den bereich ich habe gesagt 2 es ist eine Seite und schwarzen Bereich schon wieder das ist sicher hier 2 ich oberes Stück für Stück die Buchung im Schlaf im Schatten der Nacht Eichmann voll viel schweinerei stelle ich schweinerei werde da betriebe schweinerei stieß die wollen aber jetzt hier wieder was zum saufen der braucht was zum saufen das heißt es ist alles perfekt und hier ist die kaserne der schlägt sich mal nicht den kopf an ich muss die kaserne viel viel größer sein was finde ich wie sollen die darin ausgebildet werden goldstücke nein ich brauche dafür immer goldstücke nein 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 ich stocke die hinzu dann bis es fertig geworden die bäude fertig geschwärte schweinerei die hier schlimm schlimm es hat dies auch gemerkt als jetzt leckten sich mit der letzten die reihe erhältlich die ich bin fertiggestellt der Kassel es ist die Weizbücher eine die die Masse an den ich brauche die Hetschatz ab dann die Straten aber ich bin einfach mal ihr habt ihr hier eigentlich schon den Wachstuhl das ist doch mehr auf abweich nicht zum Spaß zuerst ganz erstmals von da dabei die Straße dann waren an die Leitart und dort und dort und dort und dann dann wo uns voll die Hälfte wo es sich viel das grenzen und ich hätte mein Haus ist er aus dem Weg und die Sparks bei ihnen und es ist Max Schweinchen ich schaue ich schaue Bax schlägt Bax Schäfchen Bax auch Mann um um auch h h h h sie ist los aus sehr gut ich bin und die und die und und ich muss jetzt richtig ein er hat sich nicht Kitzkeitsberg Becker mit aber hier die Antwerpen die Entschuldigung die Zwiebel sieben haben die Jungen und ich habe das bretab die Säge bis sie nachgepflanzt doch nicht viel Sitz Vorrechts Elf Schicht Eichel die deutsche Tannefell 8 8 mitz ich muss ja auch noch nicht hier der Katapult produziert Katapult Prozent Pachtig 9 9 eine das wird auch nicht jahr bin ich Jörg Zwerger Autos 6 ich wollte schon Katapult bei einem anderen hier Kassia Arbeit hier eigentlich jetzt kommt das Zeug schick schick ach ich hab hier schon zwei Amst schick die werden auch immer aufgestuft nicht schlecht und dann kommt hier noch mal zu einem anderen zu nicht schlecht hin also zum Katapult oh yeah, aha, ich zume rein und raus, ich zume rein und raus das Geräusch von dem Rad nervt oha, oha, oha ah das stich so so is am sind spitzacke da war ich mein kfz Erecy 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 wie mal und ja vielleicht reifen ich schnell in der nächsten Folge aber eh noch nicht an wenn dann zähle ich mich in der nächsten Folge als bis morgen, oder übermorgen, oder wann auch immer. Weiß noch gar nicht, weil die von mir dann wieder rauskommen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.